So, willkommen zu einem neuen Football Match. Oh. Shitty. Loll, hat der da noch gestoppt. Und deswegen gab es nur drei Punkte. Oh, Mann. Weil das dann als Schuss zählt, weil er angestopft wurde und der Ball dann automatisch liegt. Und ich dachte eben, oh, wie geil, er bleibt noch stehen, um den Gegner halt zu ärgern noch, zu demütigen. Aber es gab ja dafür noch weniger Punkte, das ist ja für den Arsch. Nein. Warum? Oh. Oh, 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 oh. Schön gemacht. Ne, ne. Ne. Just, ne. der jahren der jahren regensburg und nicht nur mit zwei punkten wobei man auch sagen muss meine beiden tore habe ich ja nach dem anstoß macht schade wow shit hätte ich abspielen sollen schön nein nein ach du scheiße schon 18 punkten war das spiel verlassen so ist doch jeder reingekommen sehr gut wie winden war keiner mehr lol alle drei nach vorne fahren ich dachte ich schön zu kapust auf die und zack nicht schlecht warum ich den eigentlich nicht zerstört habe ist mir ein rätsel oder kann man denen der den ball dann führt gar nicht zerstören so so Das war's für heute. Nein. Hätte ich jetzt wahrscheinlich abspielen müssen. Verdammte Kacke. Ich käme doch nie aus. Na gut. Haben wir hier verloren. Also raus hier. Obwohl. Nicht zu früh rausgehen. So. Kriegen wir eigentlich den Erfahrungspunkt? Nein, ne? Doch. So, Abholberät. Ach, er ist auch ganz raus. Interessant. Gut. Und hier auch noch. Haben wir beides bekommen. Und dann geht's hier in der nächsten Session, würde ich sagen, weiter. Geht's nochmal was neu starten? Habe ich auch nicht so wirklich Lust. Aber wir können ja mal noch... Alter. Manchmal... Ne, ich bin ja auch falsch. Ich muss doch... Inventarverfahren. Da muss ich ran. Ernsthaft. Machen wir einen ungewöhnlichen noch. Toll. Gut. Hat sich ja... Richtig gelöhnt. Gut. Dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis denn. Dann. Bis denn.